DW Deutsch lernen mit Nachrichten Mittwoch, 9. Oktober 2024, 9 Uhr in Deutschland. Biden verschiebt Deutschlandreise wegen Hurricane Milton. US-Präsident Joe Biden vertagt wegen des auf den Bundesstaat Florida zusteuernden Hurricanes Milton seine Deutschlandreise, die am Donnerstag hätte beginnen sollen. Das Weiße Haus teilte mit, auch die danach geplante Reise nach Angola werde verschoben. Biden kündigte an, er wolle mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefonieren, um einen Ersatztermin zu finden. Scholz zeigte Verständnis für die Verschiebung. Wenn in Deutschland solche Unwetter wüten würden, hätte er auch so entschieden, sagte er im Fernsehen. Es wäre ein sehr wichtiges Treffen geworden, aber es werde ja nachgeholt. Wie der US-Präsident sagte auch Außenminister Antony Blinken seine Reise nach Deutschland ab. Hezbollah unterstützt libanesische Bemühungen um Waffenruhe. Hochrangige Mitglieder der pro-iranischen Schiitenmiliz Hezbollah im Libanon machen eine Waffenruhe mit Israel nicht mehr von einem Ende der Kämpfe im Gazastreifen abhängig. Zuvor hatten zwei niederrangige Vertreter der Islamisten die Bedingung fallen gelassen. Am Dienstag erklärte auch der stellvertretende Hezbollah-Chef Naim Qasim, man unterstütze die politischen Bemühungen des libanesischen Parlamentspräsidenten Nabi Berri um eine Waffenruhe. Eine formelle Erklärung zu den Bedingungen gab die Gruppe jedoch nicht heraus. Aus libanesischen Regierungskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, die Hezbollah habe ihre Haltung angesichts des massiven militärischen Drucks Israels geändert. Israel, die USA, Deutschland und andere Staaten stufen die Hezbollah als Terrororganisation ein. Brasiliens oberstes Gericht erlaubt Hex Wiederaufnahme des Betriebs. Nach mehr als einem Monat hat der oberste Gerichtshof in Brasilien die Sperrung des Onlinedienstes Hex aufgehoben. Richter Alexandre de Moraes genehmigte die sofortige Wiederaufnahme der Aktivitäten. Er gab der Telekommunikationsbehörde 24 Stunden Zeit, um den Zugang zu Ex wiederherzustellen. Zuvor hatte die Plattform des Multimilliardärs Elon Musk die vom Gericht verhängte Geldstrafe von umgerechnet 4,7 Millionen Euro gezahlt. Moraes hatte die Plattform am 30. August mit der Begründung sperren lassen, die Verbreitung von Falschinformationen müsse unterbunden werden. Daraufhin war Ex mit einer kurzen Unterbrechung nicht mehr verfügbar. Musk pochte wiederholt auf die Meinungsfreiheit und kritisierte den Richter scharf. Deutschland plant weitere Hilfen für die Ukraine. Das Bundesverteidigungsministerium beabsichtigt, weitere umfangreiche Unterstützung für die Ukraine zu leisten. Der Bundestag habe gerade erst 400 Millionen Euro allein für das Jahr 2024 bewilligt. Dadurch ist es uns möglich, noch in diesem Jahr 50 Projekte im Volumen von 1,4 Milliarden Euro zu verwirklichen, sagte Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine. Er verwies auf Lieferungen von Flugabwehrsystemen, Panzern und Artilleriemunition. Der Munitionsnachschub habe sich insgesamt verbessert. Die artilleristische Überlegenheit der Russen ist nicht mehr so hoch wie noch im Frühjahr. Sie hat sich von 8 zu 1 auf 3 zu 1 verringert. Trotz wachsenden russischen Drucks im Donbass sieht er für die ukrainische Armee noch Handlungsmöglichkeiten. Mosambik wählt ein neues Staatsoberhaupt. An diesem Mittwoch findet in Mosambik die Präsidentschaftswahl statt. Zusätzlich werden das Parlament, die Provinzparlamente und Gouverneure in dem ostafrikanischen Land gewählt. Mehr als 17 Millionen Mosambikaner sind zur Wahl aufgerufen, darunter mehr als 330.000 Wähler, die im Ausland registriert sind. Einen Tag vor der Abstimmung versicherte Regina Massinia, Sprecherin des Technischen Sekretariats für Wahlorganisation in Mosambik, gegenüber der Deutschen Welle, dass der Wahlprozess in logistischer Hinsicht gut vorbereitet sei. Zur Unterstützung stehen mehr als 180.000 Wahlhelfer in 154 Distrikten sowie in den Wahllokalen im Ausland bereit. Gedenken am Jahrestag des Synagogenattentats in Halle. In Halle im Bundesland Sachsen-Anhalt wird an diesem Mittwoch der Opfer des antisemitischen Anschlags vor fünf Jahren gedacht. Am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, hatte ein Rechtsterrorist versucht, mit Waffengewalt in die Synagoge der ostdeutschen Stadt einzudringen. Als ihm dies misslang, tötete er vor dem Gotteshaus zunächst eine Passantin und kurz darauf einen Mann an einem benachbarten Imbiss. An der zentralen Gedenkveranstaltung in Halle wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff teilnehmen. Soweit die Meldungen vom 9.10.2024.